Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du einschaltest. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, Leute, letzte Woche ist er nun erschienen. Omzi 2, London ist erschienen und wir haben uns das Ganze natürlich bereits im Livestream angeguckt und müssen ganz ehrlich sagen, sind echt positiv überrascht über dieses ganze Addon. Es ist einfach nur fantastisch, es ist großartig. Mit dabei, wie gesagt, über 15 Linien, vier brandneue Busse, die jetzt hier in Omzi verfügbar sind. Hinten sehen wir zum Beispiel den New Roadmaster und wir haben jetzt hier auch ein schickes Gefährt hier. Dementsprechend wollen wir uns das Ganze heute mal so ein bisschen anschauen. Wir sehen, das Ganze hier ist doch eigentlich recht putzig. Das ist ein kleiner Solobus, den wir hier haben und dementsprechend lasst uns mal gucken, wie diese Fahrt hier wird. Natürlich Linksverkehr, wer das Ganze im Livestream gesehen hat und dementsprechend natürlich ein großes Dankeschön schon nochmal an Aerosoft, die uns das Ganze natürlich hier zur Verfügung gestellt haben, damit wir euch das Ganze selbstverständlich hier zeigen dürfen. Und wir hatten, wie gesagt, einen Livestream dazu und noch keine einzelne Folge, denn ich glaube folgentechnisch sieht das Ganze mal ein bisschen besser aus als im Livestream, denn das Ganze ist natürlich auch mit der Qualität und alles sowas. Deswegen werden wir uns jetzt hier noch ein paar Linien hier im Let's Play selbstverständlich anschauen und natürlich aber passend auch zu unserer aktuellen Setting. Winter, überall Schnee und es ist, ja, lassen wir uns mal überraschen. Und dementsprechend werde ich euch weiterhin auf der Fahrt natürlich ein bisschen was über berichten über das Ganze und selbstverständlich. Ja, würde ich erstmal sagen, jetzt erstmal den Bus starten. Das wäre großartig. So, wir fahren. Äh, hast du, ist noch nicht an? Okay. So, jetzt wäre natürlich schön, wenn du jetzt angehst. So, Booting, Beyer-Starting, alles klar. Dann nehme ich natürlich auch nicht mehr so viel Zeit. So, dann können wir hier schon mal über Licht anhauen. Wir sind auf der Linie 201 heute unterwegs und das Ganze führt, lasst mich gucken, ähm, von, ähm, Streatham Bus Station nach Hernehill und, ähm, ist wie gesagt die Linie 201 und wird aktuell bedient von Abelio und dementsprechend haben wir natürlich auch das Repaint uns ausgewählt. Hier sehen wir, ne, der Citybus 200 aktuell ist das Ganze. Der wird natürlich mitgeliefert und, ähm, dementsprechend, ähm, ja, wie gesagt, wenn wir uns das Ganze mal angucken. So, jetzt mal ganz kurz hier mal alles hier umstellen. 201 fahren wir. So, und die Route nach Hernehill, das passt sogar. So, und jetzt müsste das hier auch passen. Genau, wir müssen das manuell leider noch, ähm, ähm, separat einstellen. Das Ganze funktioniert halt hier alles nicht so ein-, ist alles nicht so einfach hier. So, 201 nach Hernehill, das passt und hier machen wir auch die 201. Dementsprechend solltet ihr das Ganze jetzt hier soweit eingegeben haben und wir sind eigentlich startklar. Ja, wir sind natürlich in Großbritannien unterwegs und das ist die Welt ein bisschen anders. So, was ist jetzt los? So, wir haben die Parkbremse drin, die ist jetzt gelöst. Jawohl. Aber wir kommen jetzt gerade hier nicht los. Achso, weil er den Vorwärtsgang hier wieder nicht drin hat. So, jetzt passt's. Ja, immer ein bisschen tricky hier alles. Tricky, tricky. Achso, ich habe was vergessen. Ähm, und zwar mein Track AR. Das brauche ich. Ohne geht gar nicht. So. Jetzt stellen wir natürlich ein bisschen blöd. Lass uns mal ganz kurz nochmal rückwärts fahren hier. Achso, warte mal, das war ja mit. Du musst hier immer erst die Handbremse reinmachen, wenn du rückwärts fahren willst. Musst du dich auch erst mal dran gewöhnen. So, und jetzt sind die Türen auf. So. Guten Tag. So, jetzt können wir endlich. Hat jetzt ein bisschen gedauert. Jetzt ist hier schon der Start hier allein, ne? Also, es ist sehr eng hier alles, ja? Also, das kann ich schon mal sagen, wenn ihr hier mal fahren wollt. Oh Gott. Gut. Ich habe extra drin, dass geräumte Straßen sind hier, ja? Und es ist nichts geräumt hier. Uh, wir rutschen. So, und keiner lässt uns natürlich hier wieder rein, ne? Das ist natürlich hier wieder Omsi. Und dann drücke ich mich jetzt hier einfach nach vorne. Und dann passt das Ganze schon. Frech, wie wir sind hier. An Verspätung hier. Das gibt es nicht. Ja, krieg dich ein. Das kann ja eine spaßige Fahrt werden. Ah, sie frieren. Das kann ich. Temperatur? Könnt sie gar nicht einstellen. Oh Gott. Ich komme nicht vorwärts. Das war vielleicht doch eine dümmliche Idee gewesen, das Ganze hier im Winter zu fahren. Ist mir egal. Ich stelle mich jetzt hier oben hin, weil sonst kommen wir hier echt nicht weiter. Habt ihr jetzt mal nicht gesehen, aber wie gesagt, normalerweise Schneeketten oder sowas geräumte Straßen wären natürlich gerade in Großstädten. Ist was mindestens drin. Ja, wenn es hier so gegründete Dörfchen sind oder sowas, wo die Straßen nicht geräumt sind, alles klar, sehe ich ein. Aber in eine Großstadt? So. Und die Verspätung geht und geht und geht hier. Ja, also wie gesagt, mit dabei natürlich die vier verschiedene Busse, drei Doppeldecker. Denn wie gesagt, dieser kleine Solobus hier und auf der Linie hier 201 fährt hier halt so ein kleiner Solobus. Gibt natürlich eine wundervolle Datei dafür, wo ihr dementsprechend nachgucken könnt, wo fährt was. Das ist schon ziemlich cool. Und natürlich auch von virtuelle Firma das Ganze betrieben wird. Ja, und Kollision ist aus. Ha, 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 ha. Nicht mit mir, mein Freund. Denn die KI, die fährt hier natürlich so strunzdumm, dass es schon keinen Spaß mehr macht hier. Weil die fährt hier immer in die Karre. Ist egal, was du machst, ja. Du kannst dich halt wirklich an die Verkehrsregeln halten. Sie fährt hier trotzdem rein. Und merkst du dann natürlich, dass die KI so deutlich am Ende ist. Da geht nichts mehr, ja. Das hat jetzt nichts mit dem Addern zu tun, ja. Das ist jetzt einfach nur so Verkehrsregeln oder sowas. Kennt natürlich Omsi nicht. Und dementsprechend kann man nur hoffen, dass es in anderen besagten Simulatoren besser funktioniert als hier in Omsi. Aber wie gesagt, hier hast du einfach keine vernünftige KI drin, die mitdenkt. Wenn du zum Beispiel eine breitere Spur brauchst, ja, dann karreln die die hier bei Omsi einfach rein. Und dann ist das so. Ich weiß nicht, wo ich hier die Heizung anmachen kann. Keine Ahnung. Weil der wäre mir jetzt gerade richtig einfach in die Karre gefahren, ohne Wenn und Aber. Hättest du nichts machen können. Jetzt habe ich mir seit dem Livestream von London, habe ich mir das angewöhnt, die KI hier zu deaktivieren. So. Mal gucken, ob wir hier was machen können. Hier ist nämlich auch was Rot und was Blaues. Das könnte doch schon noch hindeuten, oder? So, schauen wir mal. Ja. So, dann hauen wir mal hier rein. Wo sollt ihr alle hin hier? Wahnsinn. Minus 4,4 Grad, Alter. Ich müsste hier eigentlich jetzt mit Handschuhen sitzen, ja. Vielleicht ist es so kalt, dass es hier im Bus ist. Jaha, ich weiß. Ich kann es nicht ändern. Das Schöne ist, dass wir ja natürlich schon uns ein paar Linien, also ein paar Strecken angeguckt hatten, so in dem britischen Bereich halt so, ne. Und dass es da jetzt natürlich das erste richtige Add-on gibt, ist natürlich fantastisch, finde ich persönlich. Jetzt haben auch die Busse, die wir jetzt so haben, so von Polygon Light zum Beispiel, oder aber den von V3D, ja, den Phantom, die haben jetzt eigentlich mal einen richtig schönen Sinn jetzt so, dass wir das Ganze jetzt hier mal auch richtig benutzen können. Wir werden natürlich auch noch eine Leitstellenfahrt machen, selbstverständlich. Aber wir warten hier noch so diesen einen oder anderen Bugfix hier ab, denn natürlich auch zum Release von London ist natürlich nicht alles reibungslos verlaufen. Ja, also wir haben hier zwar vier verschiedene Busse mit drin, aber sie sind teilweise, ja, ich würde sagen, noch nicht fertig. Sie sind vielleicht halbfertig, aber sie sind noch nicht mal ansatzweise fertig. Ja, wie gesagt, die KI könnte vielleicht noch mal ein bisschen überarbeitet werden, ja, dass da vielleicht nicht ganz so oft Unfälle passieren. Ja, gut, streckentechnisch soll es halt wirklich extrem schmal alles sein hier. Das ist natürlich extrem heftig für den Busfahrer, also meinen größten Respekt an alle Londoner Busfahrer, ja, wenn die sich hier durch so einen, ja, hier so durchkämpfen müssen. Also, Wahnsinn, da haben wir absoluten Luxus. Das kann man mal hier so sagen, einfach. Gehen wir mal mit. Und... Stehe voll drauf, ja, also auf der Bremse. Ich stehe voll drauf. Aber sonst muss ich wirklich sagen, also abgesehen davon, dass die Busse vielleicht noch nicht so ganz hundertprozentig fertig sind mit der KI, dass man da vielleicht noch mal ein bisschen was machen könnte, ist, ganz ehrlich, ist das ein richtig großartiger DLC. Also ich bin da nun kein Freund so von ausländischen Strecken. Ja, also Mallorca war ja nun, ja, gut, spare ich mir mal jetzt alle Worte zu. Also Luzern, naja, teilweise sogar noch schlimmer in Erinnerung. Ja, hört auf zu meckern. Wie gesagt, teilweise noch sogar schlimmer. Was hatten wir noch? Wien, ja, nicht mal ansatzweise ausreichende Qualität. Dann hat es ja noch Amerika, hier Chicago, ne. Chicago war an sich meiner Meinung nach ganz in Ordnung gewesen. Aber dann hört es eigentlich auch schon aus, so von diesen ausländischen Strecken, die man hier so zur Verfügung hat. Aber London, ja, reißt das Ganze nochmal extrem gut rum und zeigt eigentlich, dass auch, wie gesagt, meiner Meinung nach, Strecken aus anderen Ländern ebenso gut funktionieren können, wie zum Beispiel unsere deutschen Strecken und alles sowas, ja. Also von daher muss ich ganz ehrlich sagen, macht das schon richtig Laune, hier in London zu fahren, ja, und sich auch das Ganze mal anzugucken. Im Livestream wurde sogar oft gesagt gehabt, wow, wie realistisch sieht das Ganze halt aus. Also auch hier, muss man ganz ehrlich sagen, hat man sich hier richtig, richtig ins Zeug gelegt und hat mal gezeigt, so pass mal auf, ja, auch wir können natürlich richtig reale Strecken nachbauen. Also von daher, also das absolute Nonplusultra, was man so aktuell jetzt bekommen kann und natürlich gerade zur Weihnachtszeit natürlich optimaler Zeitpunkt sich gewählt, ja, um das Ganze zu releasen, damit man noch schön das Weihnachtsgeschäft mitnehmen kann. Und ganz ehrlich, wenn ihr euch das wirklich überlegt zu kaufen, ja, dann macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Das ist halt, ihr könnt euch damit schön die Feiertage denn heransetzen und könnt hier in London Bus fahren und könnt hier wirklich viel, viel Zeit hier investieren. Und, ähm, auf jeden Fall kriegt das Ding hier, ja, das haben wir auch schon im Livestream gesagt gehabt, eine absolute Kaufempfehlung. Ja, also es ist halt wirklich großartiges, ein großartiges Produkt geworden, auch wenn man lange, lange drauf warten muss, ähm, habt ihr ja selber gesehen, ne, ich glaube fast zwei Jahre, äh, zwei Jahre wurde das Ganze verschoben. Aber im Endeffekt, jetzt ist er da und, äh, ja, wie gesagt, alles mit dabei, Buslinien und, und was brauchst du noch. Und wenn du es halt wirklich noch geiler haben willst, dann schaust du dir mal die Studio Polygon Busse zum Beispiel an oder den V3D, ne, den Phantom, da kannst du das Ganze natürlich nochmal ein bisschen mehr erweitern, ja, und die Busse sind wirklich großartig. Fellow Films hat auch schon da ein paar Repaints, ähm, veröffentlicht, um halt, äh, das Ganze natürlich hier auch mal ein bisschen anzupassen. Ähm, 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 genau, damit ihr dann auch die passenden Repaints hier für das Enderland habt. Also, ja, was würdest du denn noch sagen? Telford Avenue, I like to hear for Brixton Bus Garage. Hab schon wieder ordentlich Verspätung hier, das ist Wahnsinn. Könnt ihr euch auch schon dran gewöhnen, ja, Verspätung hier ist es A und O. Also, wenn du hier ohne Verspätung unterwegs bist, dann, Respekt, dann kannst du echt in London fahren, ja. So. Die, 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 die Aber nicht zu weit, bitte. Auch hier, ne, die klassischen britischen Taxes und Taxen und alles sowas, ja? Das ist schon echt klasse gemacht hier. Hier nicht die Straße hier zu machen, hier, sonst natürlich hier auch kein Blockieren. Haben jetzt jetzt natürlich erstmal eine relativ kleine Linie hier gewählt, ne? Ich habe natürlich die Linie 3, das ist natürlich die Linie der Linien, ja, wo du wirklich an viele Sehenswürdigkeiten vorbeifährst. Ja, aber es gibt halt, wie gesagt, von den 15 Linien, da werden wir uns bestimmt noch so die eine oder andere Linie angucken. Man könnte natürlich auch, wenn man möchte, und ich wurde auch schon gefragt, ob ich da nicht mal so ein Vergleichsvideo machen kann. Es gab ja mal eine Demo-Version. Ja, ich habe einen grünen Pfeil, aber die geradeaus Fahrer, die fahren. Warum? Dann hätte ich doch keinen grünen Pfeil gebraucht. Ja, ich habe einen grünen Pfeil gebraucht. Ja. das war der bordstein und dazu noch ein rutschender bus und dazu noch ein rutschender bus also wenn ihr london mit kollisionen fahrt und die kommt unfallfrei durch dann müsste ich mir mal von meinem video schicken ehrlich das will ich sehen und dann aber fehlerfrei dann halt fehlerfrei also da kann sie wie gesagt das ist halt der reiz finde ich ja du kannst dich dann mal halt echt mal dich mal ansetzen und mal gucken wie gut kommst du durch london ja also das ist schon echt schon sehr sehr anstrengend also das ist halt echt nichts für ganz schwache nerven ich habe auch gelesen oder mehrfach wurde auch gefragt ja wie sieht es mit der performance aus ich muss ganz ehrlich sagen performance ist ziemlich gut ab und zu hast halt klar diese typischen nachladehänger drin dass du da halt wirklich mal kurz warten muss 21 sekündchen aber wir hatten es auch schon ein bisschen kompletten absturz ja also das war auch schon dabei gewesen hat sich denn um sie einfach dann im stream halt komplett aufgehangen also auch das ist mit dabei dann muss man halt die optimale einstellung finden ich weiß gar nicht ob auch so so presets mitgeliefert werden sonst wie gesagt einfach mal gucken dass ihr zumindest also falls ihr wirklich einen schwächeren pc haben solltet straß ist hier gar nicht drin alles klar das ist auch unschön gelöst hier ja habt ihr gesehen die fahrzeuge fahren dadurch ja das ist natürlich suboptimal naja das sieht ein bisschen blöd aus da so einfach dadurch die fahrzeuge durchfahren klar wenn die straße natürlich eng sind ja dann muss man natürlich irgendwie gucken halt ja aber das ist also so durch andere fahrzeuge durchfahren das ist ein bisschen aber da kommen wir wieder zur zur dümmlichen omsi ki ja weil die omsi ki kann nicht berechnen dass er jetzt zum bus kommt und weicht dann dementsprechend irgendwelche parklücken aus ja macht er halt nicht ja das ist dann natürlich wieder um sie halt weil es halt so beschränkt ist deswegen kann man nur hoffen alter ich habe ich habe ich habe die dinge drin ja die handbremse und trotzdem rutsche ich nach hinten wie gesagt trotzdem kann kann dass der das nicht berechnet kann man wie gesagt nur hoffen dass das zukünftig denn in anderen simulationen ist so siehst du normalerweise würde er jetzt ein bisschen ausholen würde jetzt rechts ran fahren weil er hatte genug platz gehabt da auf jeden fall macht er aber nicht und dementsprechend wirklich fahrt ohne kollisionen und habt ihr keine chance wirklich und eigentlich musst du als busfahrer eigentlich keinen platz machen das das müsste eigentlich der kleine verkehr machen also das ist jetzt ist zwar kein gesetz ja aber normalerweise macht man es halt so dass der bus halt dass man den bus durchlässt weil man er halt weiß dass da irgendwie leute ich bin mal gespannt fährt jetzt ganz nach rechts naja er lässt noch ein bisschen platz aber gut wir stehen perfekt hier also auch das ja aber wie gesagt das sind aber auch so kleine sachen so weißt du dir das große und ganze aber nicht wirklich kaputt machen oder schädigen oder sonst irgendwas das sind so ganz kleine sachen wo aber auch der entwickler hat kaum was für machen kann ja der entwickler kann jetzt nicht sagen so ok dann fahr jetzt da rein wenn der bus kommt oder sowas kann er nicht ja weil wie gesagt dazu müsste halt um sie einfach ein ticken schlauer werden und ja vielleicht im schlimmsten fall da die die ki-fahle komplett rausnehmen aber dann hast du halt leere straßen sieht natürlich auch wieder unschön aus einzeln was ich wirklich gemacht habe ist das war gleich nach dem live stream ich habe hier die krankenwagen und die feuerwehr ausgemacht wenn du relativ hoch eingestellt hast also die die ki-fahrzeuge was ist denn ich war ganz normal wenn du das halt eingestellt hast dann fahren hier nur feuerwehr und blaulicht und da tut da und leute das kann ein auf den senkel gehen wirklich finden halt an jeder ecke irgendwie polizei krankenwagen oder feuerwehr hier fährt habe ich sofort abgeschaltet ja also das könnt ihr dann über die liste machen das ist ein bisschen too much aber im vergleich sage ich jetzt mal zu bad hügelsdorf wer läuft london deutlich besser ja bad hügelsdorf keine ahnung was die da gemacht haben oder auch münchen weiß ich nicht ich weiß nicht was sie da machen aber die karten laufen bei mir gar nicht ja andere karten wiederum laufen richtig perfekt und andere ja sind halt spielbar ja bad hügelsdorf und 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 münchen das ist zum beispiel auch so ein ding was ich meinte das problem hatte ich damals nämlich mit bremen auch gehabt ja bremen ist jetzt aber spielbar also bremen hat da jetzt wahrscheinlich den fehler gefunden den sie da gemacht haben und seitdem ist das spielbar und aktuell ich das aber bei münchen und bei bad hügelsdorf nicht angekommen also kann es davon ausgehen man hat hier keine 4k objekte jetzt benutzt oder so das ist eine ganz normale hd texturen und das und das reicht auch locker ich stehe hier voll auf der bremse ich stehe hier voll auf der bremse wir müssen geradeaus weiter also kann man ja auch wirklich die spur jetzt gleich wechseln auch wie gesagt schöne ansagen hier drinnen ja also gehen mich hier dieses typische was ist denn das jetzt schon wieder dieses typische computer gequatsche sondern hat man sich schon guck mal aha vier meter hatte erst den falschen bus ausgewählt und da hatte ich einen doppeldecker gehabt das glaube das hätte da probleme geben können aber ich hey mein freund so wie gesagt auch mal eine Leitstellenfahrt werden wir mal gucken da warten wir noch ein bisschen ab damit man da vielleicht noch den einen oder anderen Patch vielleicht noch rausbringen kann und wie gesagt auch viele kaufen sie es am Anfang noch nicht weil sie vielleicht noch ein bisschen unsicher sind ja vielleicht warten sie noch ein bisschen ab ich kann euch auf jeden Fall sagen dass die Woche auf jeden Fall noch ein paar London Videos kommen hier auch wahrscheinlich in der nächsten Woche denn es gibt ja noch mal einiges zu zeigen es kommt glaube ich auch noch wenn ich jetzt sogar noch ein Bus raus in diesem Jahr also auch da gibt es reichlich Omsi-Content wieder hier von meiner Seite naja dass wir uns dann hier zumindest dieses Add-On halt noch genauer angucken damit wir dann auch vielleicht mal zum Schluss mal ein richtiges Fazit von machen können zum Beispiel München war ich einfach echt positiv begeistert gewesen jetzt mittlerweile ist es bei mir von der Platte geflogen weil das einfach so schlecht so grottig läuft also das ich bin ich bin nicht mal am Bordstand dran das ist das was ich meine was so übelst schwer ist guck mal laut Spiegel habe ich noch einen mega Platz da ja das ist ich traue mich aber nicht noch näher ran zu fahren und das ist halt so diese gewohnte Sache ja weil du bist jetzt im Linksverkehr da ist das halt mega knapp alles da haben wir da ein bisschen Verspätung rausgefahren sehe ich gerade das sieht ja schon mal extrem gut aus so aber die ist jetzt weg die Verspätung weil er steht jetzt hier einfach da blöd blöd das war's dann mit unserer ach ja ja er blinkt und fährt geradeaus weiter wie gesagt hier gibt's auch wie gesagt hier gibt's auch hier sind Fahrzeuge drinnen die haben dann so ein Fellowfilms Repaint drauf, ja, die Fahrzeuge. Das ist eine ziemlich nette Geste, ja. Fellowfilms ist so das Omsi-Webdisk hier bei uns hier in Deutschland, ja, oder das Omsi-Forum ist offizielle, ehemals offizielle. Das ist, wie gesagt, da Fellowfilms. Und da hat man dann einfach so ein nettes ja, also so Repaint da mit reingebastelt. Das ist eigentlich eine richtig nette Geste. Pima's mead. Pima's mead. schon wieder eine Baustelle hier hochlich so kann raus jetzt ausstellen können so hier wird es auch schon wieder ein bisschen knapp hier hier ist ein bisschen rumgerutscht ein bisschen rumsliden bitte ach ja das ist so eine vorortlinie oder sowas du kannst halt wenn du willst auch mitten im Zentrum fahren das ist halt super abwechslungsreich das ist uns aber schon im Livestream aufgefallen dass die Karte echt gut abwechslungsreich ist das finde ich halt das macht halt diesen Reiz dieser Karte auch noch so aus du kannst wie gesagt wenn du willst halt mit Doppeldecker fahren ja so mittendrin du kannst dir aber auch so einen kleinen Solobus hier schnappen und dann so eine Art Vorortslinie fahren ja also da hast du auf jeden Fall einiges zu tun das ist aber ein bisschen schade dass man bei Omsi nie diese Dings hier eingeführt hat diese Errungenschaften hätten sich die Entwickler zum Beispiel nochmal irgendwelche Sachen zum Beispiel aussuchen können ja was sie da zum Beispiel so als Errungenschaften noch hätten ausdenken können oder sowas so und damit kommen wir dann auch schon wieder in die Dollywood Road Endhalterstande für uns das endet unsere Fahrt heute hier in London wie gesagt wir wehren uns auf jeden Fall die Woche und natürlich auch noch in der nächsten Woche hier jetzt zum Beispiel schon wieder geknallt ja obwohl du dafür nicht kannst ja das ist zum Beispiel also ich kann es euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen ja wenn ihr London fahrt macht die Kollision aus es macht keinen Spaß es macht wirklich keinen Spaß denn so und da kommen wir dann zu der Endhaltestelle dann ist Veneto gut geschafft zwar nicht fehlerfrei aber immerhin so hier zum Beispiel hier ist zum Beispiel dieses Fellow Films guck mal du bist eigentlich schon drinnen du würdest schon die ganzen Spiegel abruppen klunk Abwehrer und das ist das halt ein bisschen was ich meine ja hier ist ein bisschen also ich glaube ein Tekkenbreiter hätte es wirklich sein können also wenn der Busfahrer das wirklich hier so macht hat er wirklich größten Respekt hier kein Wunder kommen die denn jemals pünktlich an denn die Busse ich weiß es nicht zu spät zu spät zu spät ja ja wir sind immer zu spät so Leute das war es aber von uns heute hier mit der ersten offiziellen Linie hier in um sie zwei Orden London im Let's Play oh mein Gott manchmal ist deutsche Sprache schwere Sprache wisst ihr ja aber wie gesagt an sich wirklich ein großartiges Add-On ich hoffe ich konnte euch mal so den ersten Eindruck zumindest mal jetzt hier zeigen im Let's Play sieht denn doch schon deutlich anders aus als wie wenn man das Ganze so streamt wie gesagt das ist auch nochmal was mit der Qualität halt nochmal ein bisschen und dementsprechend wie gesagt also wenn euch das Add-On gefällt dann unbedingt zuschlagen ihr macht nichts falsch damit also es ist schon lange her dass ich wirklich mal so einen Karten-Add-On wirklich empfehle ja aber mit London ist es halt wirklich so Performance läuft meiner Meinung nach relativ gut also deutlich besser als in München oder in Bad Hügelsdorf 2020 ja da macht ihr auf jeden Fall auch da nichts falsch und wie gesagt der Umfang der hier geliefert wird 4 Busse 15 Strecken kostet 30 Euro kann man eigentlich nicht allzu viel verkehrt machen aber man muss sich natürlich mit dem Setting anfreunden natürlich ja wir sind hier in England Linksverkehr das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer als wie das was man ja sonst gewohnt ist hier in Omsi also von daher aber wer was Neues ausprobieren möchte der kann auf jeden Fall hier gerne mal zuschlagen ich verabschiede mich bedanke mich dass du dabei warst wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder wenn es weiter geht hier vielleicht mal mit dem Doppel-Dagger hier durch London würde mich natürlich freuen wenn du wieder dabei bist ich verabschiede mich bedanke mich dass du dabei warst lass mir gerne ein Like da und ja mir bleibt noch zu sagen bleib gesund bis zum nächsten Mal Tschüss bis zum nächsten Mal